Was für ein spannendes Wochenende bzw. der Weg dorthin. Donnerstag und Freitag sind die Märkte regelrecht nach oben explodiert. DAX vor einem neuen Jahreshoch und auch am Ende des Tages fast vor einem Allzeithoch. Es trennen den DAX nur noch wenige Punkte bis zum neuen Jahreshoch und wie gesagt bis zum Allzeithoch sind es auch nur noch wenige 100 Punkte. Hier stehen die Chancen wirklich sehr sehr gut und was das auch für meine Positionierung bedeutet und wie ich in den kommenden Tagen hier vorgehe, mehr dazu in meinem heutigen Video. Ja, es ist schon besonders spannend was in der letzten Woche wirklich an den Märkten passiert ist. Wir haben ja eine schöne Korrektur in den Märkten gesehen. Der spannende Punkt war nur, wird das eine ausgedehnte Korrektur oder kann der Markt sich aufgrund von externen Ereignissen wie beispielsweise Zahlen aus den USA stückchenweise nach oben arbeiten. Und genau das ist ihm gelungen und wir stehen vor einem neuen großen Big Point an den Märkten. Was das für die einzelnen Märkte bedeutet und wo ich mich genau positioniere, darauf gehen wir jetzt genau ein. Ich nehme mich mal mit auf meinen Rechner und ich habe hier gerade mal den S&P 500 geöffnet. Und hier könnt ihr ganz gut sehen, dass wir uns hier in einer sehr schönen Korrektur in den letzten Wochen befunden haben. Hier von dem Hoch hat sich hier ein richtiger Trend nach unten etabliert. Man kann das hier wirklich sehr schön sehen. Und jetzt sind wir wieder überhalb der 200-Tage-Marke. Und diese Marke ist wirklich sehr sehr wichtig. Warum? Weil sehr viele Marktteilnehmer genau auf diese Marke schauen. Es gibt auch viele Analysen genau dazu. Das heißt, wenn man long geht, beispielsweise oberhalb der 200-Tage-Linie, dann wäre das pauschal schon ein positiver Erwartungswert, ohne dass man als Trader oder Investor irgendetwas anderes macht und seine Position wieder verkauft, wenn man da drunter ist. Klar, es ist nicht optimal. Wir machen das auch als Trader nicht. Gerade wenn man hier in solchen Phasen ist, wo man immer wieder aufgerieben wird. Aber langfristig gesehen macht es auf jeden Fall Sinn. So, als Trader interessiert uns aber vielmehr einfach etwas anderes. Selbst wenn wir sagen, okay, die 200-Tage-Linie ist für uns ein wirklich wichtiger Punkt. Und das ist es am Ende des Tages auch. Dann können wir hier ganz gut sehen, dass wir hier einen sauberen Aufwärtstrend haben. Zum Schluss hier eine Korrektur. Aber diese ist hier wirklich grandios nach oben jetzt beendet worden. Das heißt, wir sehen hier am Donnerstag hier eine Umkehr, die wir gesehen haben. Am Mittwoch nochmal fallende Kurse. Dann am Donnerstag schön nach oben, auch am Freitag dann sehr stark oberhalb der 200-Tage-Linie geschlossen. Das spricht dafür, dass es hier weiter nach oben geht. Und im Laufe der Woche sollte auch aus unserem so viel beachteten Index, nämlich dem 6-Phasen-Modell, auch ein weiteres Signal für den amerikanischen Markt kommen. So, dass wir uns auch hier in Einzelaktien weiter positionieren werden. Das heißt, ich selber werde in dieser Woche zusätzlich zum deutschen Markt, so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten, noch zusätzliche Aktien auch aus dem amerikanischen Markt mir eben mit auf die Watchliste legen. Wir haben einen Blick auf den Nasdaq-Index. Hier ist das Bild ähnlich wie das, was wir gerade im S&P gesehen haben. Wir haben hier auf der einen Seite einen Aufwärtstrend, der allerdings immer mit starken Korrekturen zurückgelaufen ist. Das kann man hier ganz gut sehen. Der Trend ist aber in Ordnung gewesen. Jetzt hier die letzte Korrektur, die wir gesehen haben, auch hier Donnerstag, Freitag ging es bergauf. Auch hier klares Signal oberhalb der 200-Tage-Linie. Also von daher sieht hier erstmal alles gut aus. Trotzdem, ich bin hier immer noch etwas vorsichtig, gerade im amerikanischen Technologiemarkt. Auch wenn der am Donnerstag und Freitag sehr gut gelaufen ist, da setze ich vor allen Dingen auf News-Titel. Alles andere bin ich noch etwas vorsichtiger. Warum? Weil es Märkte gibt, die deutlich, deutlich besser aussehen und deutlich besser performen. Und ich habe es ja schon am Anfang im Intro gesagt. Und zwar ist das der deutsche Markt. Einer der Märkte, die gerade Anfang letzten Jahres massiv natürlich unter Druck geraten sind. Allerdings, wenn wir uns einfach mal anschauen, was ist hier seit Anfang Oktober passiert. Für die Investoren war das wirklich genial, was hier passiert ist. Wir hatten auch ein optimales Timing. Hier Anfang Oktober sind wir ja auch als Investoren eingestiegen. Das heißt, wir haben die komplette Rallye hier nach oben hier dann auch mitziehen können. Dann als Trader natürlich auch, nachdem die 200-Tage-Linie ja gebrochen war. Und jetzt sieht man hier diese Bewegung, die wir nach oben hatten. Dann hier nochmal ein finales Hoch mit einer entsprechenden Umkehrkerze. Und was wir danach gesehen haben, sind zwei Dinge. Das eine, es kam hier zu einem Trendbruch, was dazu geführt hat, dass wir keine neuen Long-Positionen mehr aufgenommen haben. Daneben hat es hier eine kleine Korrektur gegeben. Das heißt, der Markt hat sich hier langsam nach unten bewegt. Man kann das hier ganz gut sehen. Was wir aber gesehen haben, das hier ist sowas wie eine Flagge. Ich nehme mal die letzten zwei Handelstage raus. Dann kann man das besser sehen. Was hier passiert ist, ist so eine typische Flagge. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite fallende Hochpunkte und gleichzeitig fallende Tiefpunkte. Und jetzt ist der Unterschied zwischen einem professionellen Händler, der solche Dinge einfach mit auf dem Schirm hat, und vielen, die am Anfang stehen, die diesen Abwärtstrend, der sich hier andeutet, plötzlich handeln. Auf der Short-Seite ist natürlich einer der größten Fehler. Aus meiner Sicht wirklich Unerfahrenheit. Man müsste eigentlich schon fast noch einen Schritt weiter gehen, wenn man sich Märkte mal genauer anschaut. Dann weiß man eigentlich, dass solche Korrekturen etwas vollkommen Normales sind und dass diese statistisch gesehen auch immer nur in eine Richtung aufgelöst werden, nämlich in Trendrichtung. Trotzdem, klar, wenn man sagt, die werden normalerweise in Trendrichtung aufgelöst, dann heißt das in 70, 80 Prozent der Fälle, was für Trading sehr viel ist, denn die meisten haben nur Trefferquoten von knapp 60 Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es hier nach oben geht. Das ist dann auch final dann am Freitag passiert, nachdem es hier zur Umkehrerze gekommen ist. Auch etwas, worauf wir gleich natürlich bei uns auch in der Ausbildung nochmal eingehen werden, wie man das hier hätte für sich schon wieder perfekt wissen können. Und man sieht jetzt hier am Montag, wir sind jetzt hier kurz vor dem Hoch angekommen. Das heißt, wir haben nicht nur ein neues Jahreshoch, wir haben auch ein 12 Monatshoch. Und das ist natürlich jetzt besonders spannend. Und die Hochs, die jetzt hier noch so ein bisschen weiter zurückliegen, die sind aber auch nicht mehr weit entfernt, nämlich bei etwa 16.300 Punkte. So, das heißt, wir sind hier wirklich nicht mehr so weit von den Allzeithochs im DAX entfernt. Das heißt, wenn wir alles mal zusammenfassen und eine Analyse über die gesamten Märkte und auch für die Positionierung machen wollen, dann ist es eigentlich relativ einfach. Erstens, der amerikanische Markt kommt, hat es geschafft, über der 200-Tage-Linie zu schließen. Der S&P 500 grundsätzlich bringt auch im Laufe der Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit aus unserem Sechs-Phasen-Modell heraus auch ein grünes Licht. Das bedeutet für uns weitere Positionierung im amerikanischen Markt. Doch wenn man alles zusammennimmt, der deutsche Markt ist und bleibt, wie in den letzten fünf Monaten schon, der Top-Markt, in dem man positioniert sein muss. Das hat sich auch gelohnt mit den Positionen der letzten Wochen, die wir immer wieder aufgebaut haben und auch nicht geschlossen haben. Das ist vor allen Dingen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was wir ja auch in der Ausbildung immer besprechen. Es ist das eine, wenn man in eine trendlose Phase geht und keine großen neuen Positionen erstmal aufbaut. Aber das andere ist natürlich, die bestehenden Positionen weiter laufen zu lassen. Und jetzt werde ich natürlich mit der neuen Stärke, die hier aufgekommen ist, sowohl im amerikanischen Markt als auch im deutschen Markt, jetzt ausschauen halt nach den spannendsten Titeln. Was sieht jetzt wirklich gut aus? Wo ist viel Dynamik? Wo ist das Momentum? Denn genau in dieser Aktie möchte ich in den kommenden Tagen drin sein, um, wenn der Markt ausbricht, wirklich das Maximum an Geld im Markt zu haben, aber auch vor allen Dingen das Maximum an Rendite aus diesem Markt herausziehen zu können. Ja, das war es wieder von mir. Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.